Hallo zusammen und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute spreche ich über das Thema Osterfest. Florian Silberreisen überreichte Beatrice Eggly ein großes Geschenk, das alles bewundete. Das Osterfest steht kurz bevor. Florian Silberreisen bereitet ein riesiges Geschenk für Beatrice Eggly vor. Er berührte etwas aus, um Beatrice Eggly zu überraschen. Es ist so romantisch, nicht wahr, Leute? Die Überraschungen kamen immer wieder. Florian Silberreisen und Beatrice Eggly konnten der Romanze des anderen nicht widerstehen, sodass sich die beiden immer mehr ineinander verliebten. Florian Silberreisen hofft immer, Beatrice Eggly die glücklichsten Dinge zu bringen und die beiden haben ein schönes Herz für eine, um dem Publikum das aufrichtigste Herz zu bringen. Auf Florian Silberreisen selbst will Beatrice Eggly in eine Liebe voller Pink und Romantik bringen. Sie lieben sich für immer und niemand kann diese Liebe trennen. Eine schönere Liebe hätte Florian Silberreisen nicht haben können. Und er hat die Liebe zu sich selbst gefunden und will nicht mehr dasselbe sein. Verlossene Liebe zu Helena. So findet er über Vega, Beatrice Eggly an seiner Seite zu halten. Und es gibt viele Gerüchte über Heiraten und Verloben. Sie werden also nie wieder getrennt sein. Für immer nie verlassen. Lieben sie sich für immer. Am schönsten wird die Liebe von Florian Silberreisen und Beatrice Eggly. Wenn das Brot schwimmt, wird die Liebe zwischen den beiden allmählich romantisch. So verliebten sich die beiden ineinander. Liebe über die Jahre und damals können sie sich nicht wieder vergessen. Das sind Florian Silberreisen und Beatrice Eggly. Nicht nur Liebe, sondern die beiden machen sich wieder einzigartiger und unerwarteter Geschenke. Florian Silberreisen wird Beatrice Eggly das schönste Lächeln und das aufrichtigste Herz schenken. Wir müssen nur still sitzen und auf diese Überraschungen erwarten. Es wird diese Liebe nie enden. So liebevoll und immer aufpassen auf Florian Silberreisen und Beatrice Eggly. Egal was mit den beiden passiert, ich werde sie immer lieben. Bewöhnen sie das Talent der beiden. Sie sind ein talentiertes Paar, sowohl Jungen als auch Menschen. Florian Silberreisen hat Beatrice Eggly ein Geschenk geschickt, das sie so sehr liebt und das sie jeden Tag benutzt, damit Florian Silberreisen es sich ansehen kann. So verkehrt die Zeit immer schneller, die Liebe zwischen ihnen wird immer schöner. Es lässt uns nicht länger warten. Wir enden sie mit einer wunderbaren Hochzeit. Großart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017